Guten Morgen, Frau Friese. Guten Morgen. Und, gut geschlafen? Oh, das war so laut auf dem Flur heute Nacht. Ah, das kann ich mir vorstellen. Irgendwie hat die Türen so laut geschlafen. Ja, ich frage nochmal nach, was das war, ja? Ja, naja, ich kann nicht erst pro sein, wenn ich überhaupt noch was höre. Und, Frau Friese, Toilette? Oh ja, ganz dringend. Ja, gut, dann machen wir was. Super, und Achtung, ja, prima. Ja, alles gut? Ich komme gleich wieder, ja? Hallo, Ella, komme später, mich hat einer zugeparkt. Beeil mich, Pit. Oh Gott. Nee, sorry, Kino klappt halt nicht. Ich habe Spätschicht. Spätschicht, Ella? Ella? Ja. Schwester, Ella? Bis zum nächsten Mal.